hallo hier ist naruto-1286 herzlich willkommen zur assistant screed revelations part 62 jetzt müssen wir uns hier diese kleine Bambulichinina Kanadink, Terri-Chinini Kaya-Tera Katin, Kaya-Tekin niemand töten Kaya-Tekin holen das machen wir jetzt auch dann machen wir loslegen was machen PASOEINEN, DER USTEN, DER USTEN, DER USTEN, DER USTEN! so das heißt ich springe hier drüber, zack und weiter geht's und ich bin froh dass ihr hier eingeschaltet habt und dabei seid und geht's weiter mit Ezios Reise und Kappertmann höchstens ein paar Wochen die Anitscharen wissen dass ich sie betrogen habe doch verfügen sie über die Mittel sich zu rächen fraglich des Sultans Zwist mit Selin beansprucht ihre Aufmerksamkeit was ist das für ein Gestank entschuldigt Manuel diese aus manchen Gefangenen sind leider oft so zerbrechlich Schakulu so mäßigt doch euren Ärger für wahr der Sultan erniedrigt euer Volk doch das ist kein Grund auf Menschen zu spucken die am Boden liegen ihr da holt die Frau aus dem Gefängnis bringt sie zur Kapelle Schakulu ich hab keinen Schlüssel finde ihn wer hat den Schlüssel? du? ich glaube Nikolos hat ihn er hat Freude ist auf dem Markt ich würde ihm gerne einen Speer durch den Leib jagen komm ja reiß dich zusammen mit Taxi ich habe mich noch nie getötet ich werde mich auch hüten jemanden zu töten ich werde mich auch hüten jemanden zu töten ich werde mich auch hüten jemanden zu töten egal oh oh ich gehe hier unten noch ein langes Fässer wow warum um Himmels Willen Perfekt oh ja was ist das mal gucken kann man hier noch was auffüllen vielleicht unser Bedarf ah ist alles voll hier hier ja das geht gerade noch das kann ich gerade auffüllen das Gift ja hab ich gerade getan nee brauchen wir nicht das brauchen wir nicht ja das 4 4 dann passt passt eigentlich schon so hm ist hier runter genau jetzt ja das heißt wir müssen jetzt hier entlang dann schauen wir mal Schlüssel finden ah ok der kommt mir da zu nah das ist dann schon mal super ja 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 dazu muss ich jetzt mal hier hoch ja 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 der Typ ist ah hier entlang also ok perfekt okay ok ich will nicht anders ich will nicht anders ich will nicht anders jetzt schnell weg hier So, ich hab nämlich jetzt den Schlüssel Dann ab nach oben Dann mal hier rüber Ich hab niemanden getötet und ich bin noch nicht verrückt und mach das So Warte mal, ich geh erstmal kurz zur Bank Ach, der ist unten in die Bank, okay Dann passt der, dann los So, kann man da was abheben endlich Ah ja, kann ich was abheben Jawoll, passt doch Oh, den lass ich mal am Leben Ich muss die halt am Leben lassen, sorry, geht nicht anders Ich muss die halt alle am Leben lassen Egal was ist Ich darf sie nicht schütten Mach ich jetzt auch nicht, mach ich dann später So So Dann hoch mit der Ezio Perfekt, das machst du aber gut Okay Okay, warte, hier rüber Kurz Gut gemacht, halt dich bloß fest Ezio Wie konnte dir noch so lange überleben Hier ein bisschen kreuz hoch Und hier auch Wir sind nämlich hier im Sperrgebiet Schnell nach oben Schnell nach oben, weil wir sind hier im Sperrgebiet So Danach dürfen wir wenigstens wieder die Leute töten alle So Ja Ihr habt euch Zeit gelassen Gern geschehen Amarna Lachim Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen Boah Arme Männer Alassi Tzikuzasin Der turkmenischer Abtrünniger war das Shakulu Ich bring ihn um Was ist das? Was ist das? So Ah Was ist das? Ganz normale Synchronität ist geschafft Und das machen wir aber gleich weiter Die Armen So Wollen wir mal Das ist gleich problematisch bei dem hier So So warte ich geh mal kurz schnell Ja komm Nee warte wir lassen das Wir lassen das jetzt erstmal Mitm Schmied Wir lassen das jetzt erstmal mitm Schmied Wir holen erstmal ein wenig Kohle und danach So Der Irre Der wird sich noch auf Ich geb dir gleich Irre Pass bloß auf Oh ich nehm mich bald mehr Nehm mich mal mit Ich bin nicht der der die sucht Bitte Alle Von euch wollte ich ja auch nix So Komm 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 Oh Junge jetzt lass mich in Ruhe einfach mal Komm schon das Ding auf genau Alter jetzt lass mich doch mal bereit werden Alter Jetzt lass mich doch mal bereit werden Komm 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 Genau Und die nämlich dein Ding auch noch ab hier So So Und da steht ich alter Ja schön für dich So 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 Okay Okay Wo bist du Wer hat das gesagt gerade eben Oh lass die doch los alter was machst du Komm 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 Ja Lass es sein alter Ja Neue Kinder hab ich drauf du Spinner Jetzt darf ich sie töten Ja Dann gehen wir mal hier vorne hoch So Perfekt jetzt hier Oh Oh Hier bin ich mir noch runter gezogen Jawohl jetzt haben wir den Ja Jetzt geh doch da hoch alter Junge Ey komm ey Verarsch mich doch nicht so An der scheiß Stelle hier jetzt Boah Ne ey Wirklich Oh Ezio Das solltest du machen Dankeschön Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig Ich kam um meine Männer zu retten Nicht um Freunde zu finden Genau dort Die Rüstung ist zu dick für Kuben Ich werde sehr nah ran müssen Janus Wir müssen ihm helfen Natürlich werde ich mir helfen Lass mich jetzt Ja ich weiß ja noch sonst nicht so viel Leben verlieren aber mejor mal ich will Ja Ich hoffe es wird daughter so Es wurde Er Bei der Die Frau Ichuckle Nein Denn Im lorsque wie Neues jetzt. Jetzt reicht's langsam, ey. Was soll der Scheiß? Ich hab noch nie Probleme an der Stelle gehabt, ey. Halt ihr mich gerade eher gar nicht irgendwie? So, du hältst den Rand, Alter. Danke. Dich nehm ich doch mal gleich mit hier. Tschüss, Herz. Lass den in Ruhe und Lauf. Hier rüber mit dir, komm. Oh, Alter, bist du blöd, oder was? Komm hoch, Ezio, verdammt noch eins. Jetzt geh hier hin. Echt. So, hab dich. Wenn's gleich scheitert wegen dir, wegen dem Scheiß, dann hau ich dir echt an. Ja, komm. Lauf. Weh, wenn er zu viel verloren hat, ich hab's mir gescheitert, ey. Jason darf nicht mehr als die Hälfte seines Balken Gesundheit verlieren. Ah, okay. Gerade noch rechtzeitig. Das war gerade noch rechtzeitig. Aus Freude zum Mörder werden. Verdienen keine Gnade. Jawohl. Ich hab ihn gerade noch gerettet, ey. Gerade noch. Ah ja. Und da. Ich bin tot. Shakulu. Sind schon Kachandilara. Könnt ihr gehen? Elved. Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Benne, bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Jawohl. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Ja und? Si, genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiolocos. Das ist ja genau das, was ich möchte. Na okay. S-H-A. Okay, ich behalte mal den Ding drin schon mal. So, damit haben wir jetzt das da mit Shakulu. Äh, warte mal. Vorher, bevor ich das jetzt mache. Ich bin sehr versiert in den allerneuesten Heilungsanwendungen. Das habe ich auch mit Shakulu gemacht. Hehehe. komm her her tot und auch tot ist euer Problem ach dann kommt mal her Leute komm her lass es bleiben wenn ich mich hier durchmorden muss ist es mir egal tot ihr braucht nicht glauben nur weil ihr eine große Klappe haben müsst selber daran Schuldfreundchen ohne Witz was ist komm dein Ding wollte ich haben jetzt hau endlich ab Walter Junge jetzt lass mich los Alter oh heb doch das Ding jetzt Junge danke komm oh 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 genau das wollte ich zack du gehst mir so auf den Nerven leider noch einmal alter der Tod habe ich selber zuzuschreiben Medizin wie der dran liegt Alter genau das wollte ich dem das sollte ich den den klingel klingel hinfurt was halt dein Rand Alter nur noch einmal deine Klappe so weit aufreißen ey wirklich du kratzt mich mal Alter keine Ahnung wer warum unternimmt die Wache denn nichts na wie soll sie was unternehmen hau jetzt ab Alter ekelhaft wie könnt ihr nur die Toten bestehen wiederwärtiger was hüte deiner Zunge weib und du kannst auch abhauen Alter du brauchst ich gar nicht gucke nett gucken hier gucken verboten wir sehen uns im nächsten Part wieder euer naruto1986 ich freue mich wenn ihr wieder dabei seid schaltet wieder ein gebt mir einen Daumen hoch abonniert meinen Kanal schreibt mir in die Kommentare das wäre nett von euch das war jetzt Assassin's Creed Revelations Part 62 wir sehen uns im nächsten Part wieder ciao bis gleich